Okay, du lieber, lieber Computer, du gehst mir gerade ein bisschen auf den Sack, auf meinen kleinen Teenie-Sack hier, der noch nicht bis im Fußboden runterhängt. Okay, okay, dann haben wir die jetzt auch platt gemacht. So, jetzt sind wir hier in diesem Labor und haben die nächsten Sachen. Wir können ja mal jetzt hier hintergehen. Ich war noch nicht hier drin, ich muss mich hier selber ein bisschen orientieren. Neustart. Immer noch ohne den Superchip. Okay, Neustart. Der Superchip, der ist da hinten. Da, wo das Tor verschlossen war. Da, wo ich dachte, das wäre das erste Labor und das hat mich auf einmal geschlossen hier. Ey, ich wusste gar nicht, was ich in meinem Garten alles habe. Wenn ich einmal Hacken schneiden sollte. Ich kenne die Computer auch wieder. Ist ja geil. Stelle. Ah, nee, das war jetzt das Rüsselkäferfleisch. Ach, darauf hätte ich auch verzichten können, wa? Ähm, finde das Hackenlabor ist okay. Ähm, da geht es nicht lang. Ich kann ja mal hier lang gehen. Ich weiß nämlich nicht, wo ich jetzt hier... Ich kann ja mal erspähen. Weil da hinten ist nämlich auch wieder was. Ähm, da hinten ist nämlich auch wieder was. Also, da muss ich irgendwie hinterkommen. Dann hatte ich das Problem, ich weiß nicht, wie ich da hinterkomme. Ich muss einen Weg finden. Ist auf jeden Fall der falsche Weg, den ich hier gegangen bin. Okay. Das war der falsche Weg. Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal hier lang. Hier lang. Merkwürdig. Mal gucken. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade ewig den Weg gesucht. Und jetzt habe ich einen gefunden. Ähm. Jetzt sind wir hier. So, wieder ein paar Punkte. Ähm, Stabel aufnehmen. Ich hole den Superchip wahrscheinlich. Habe ich ihn jetzt gehört? So, Superchip. Ich hole einen Superchip. Ich muss mal gucken. Jetzt bin ich hier drin, aber ich kann hier nicht viel machen. Hm. Ich würde fragen, ich schaue mich mal hier drin nochmal um. Hm. Okay. Mal gucken. Ich gehe, ich schaue, ich schaue mal weiter. Ich würde vorschlagen, ich gehe immer mal raus hier. Und mal weiter. Da ist nicht mehr, also gehe ich jetzt mal hier lang. Da kommen wir nicht hoch. Da ist wieder was. Und jetzt schauen wir mal. Ui, da brille ich mir aber die Ohren ja voll. Jetzt müssen wir gucken. Ähm. So. Da. Okay. Mann. Ah, da geht es ja da rüber. Okay. Okay. So. Du gehst mir gerade ein bisschen auf den Sack hier. Gut. Du auch. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Weil sonst kann ich ihn nicht sehen. Das ist das Problem. Okay. Scheiße, ey. Wo muss ich jetzt lang hier? Oh, Mann. Ich möchte mich konzentrieren. Meine Konzentration ist heute eh für'n Arsch. So. So. Da ist etwas. Okay. Gute Frage. Worum muss ich hin? Gute Frage. Ich laufe mal kurz hier rum. So. Ey, alter, ey. Dann ist doch nervös. Wenn wir mit dem Spiel hier aufnehmen, ist manchmal echt eine neue Kunst. Ähm, mit der Aufnahme und Pause und Stoppen und so weiter. Ich bin hier gerade, ich habe gerade zwei Minuten den Weg erklärt. Und habe mitbekommen, dass ich gar nicht aufgenommen habe. So. 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 Prozent um hier auf auf b um hört ihr auch alles was er erzählt so ist ja schon mit so leid ich Ich wisse es gar nicht. Ich sollte einen Superchip holen. Habe ich hier drinnen jetzt alles geblündert? Aber hier geht es weiter. Okay. So, jetzt vergewissere ich mich, ob die Aufnahme schon mal läuft. Muss ich mal überlegen. Hier geht es nicht weiter. Aber da oben geht es weiter. Oder? Geht es hier? Nein. Nein. Mom. Ich bin dein Vater. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich.